Hat mir sehr gut gefallen, war für mich natürlich auch eine Premiere. Heute hat mir am meisten gebracht und mich am meisten überrascht, der interne Blick aus einer Personalabteilung. Mal ganz anderer Blick auf Agilität, auf agilen Prozess, aus einem ganz anderen Bereich, nicht aus dem Projektbereich. Das war sehr spannend. Wir haben viele Eindrücke mitgenommen, konnten uns hier alles angucken. Extrem spannend fand ich den Austausch unter den Teilnehmern, weil die aus unterschiedlichen Bereichen kamen. Und es war halt einfach, oder ist super spannend, da einfach mal Erfahrungen austauschen zu können. Wie weit ist jemand und wie führen andere Agilität einen? Auch mal was zu hören über das gelingt, da haben wir uns eine blutige Nase geholt. Das war wirklich sehr, sehr direkt nachzuvollziehen. Ich glaube, geeignet ist die Veranstaltung für einfach jeden, der erkannt hat, dass die Arbeitswelt sich ändern wird und der einfach Interesse hat, sich mit anderen auszutauschen. Das war für mich heute ein Tag, wo ich wirklich ein tieferes Verständnis erlangen konnte und vor allem mal in 3D wirklich zu sehen, wie passiert es in Räumen mit Menschen und im Dialog. Das war wertvoll.